Alter, da kam einfach so ein Schaf, ne, und ich hab mich so erschreckt. Oh mein Gott, sorry. Guten Tag und herzlich willkommen zum King Battle. Es geht 20 Sekunden los und wir wissen nicht, was wir machen. Wir werden die Taktik machen, die wir schon bei der ersten Aufnahme hatten. Das werden wir gleich jetzt erklären. So, es geht gleich los, Tobi. Ich glaube, die wollen in die Mitte. Die gucken auch in die Mitte. Das heißt, wir werden abhauen. Macht es darauf, dass wir abhauen. Abhauen. Oh, ich bin schon auf dem Weg. Okay, weil die sind in die Mitte gegangen. Wir hauen uns auf jeden Fall noch keine Schwerter hier weg. Ich seh dich noch gar nicht. Wo bist du langgelaufen? Du bist in einer anderen Ball letztlich, glaube ich. Ja, okay, dann renn weg. Ich komm zu dir. Ja, aber die haben sich Schwerter geholt. Ja, ich laufe einfach in einer anderen Seite. Ja, genau. Wir werden uns später finden, Domi. Wir sollten noch nicht beide sterben. Oh mein Gott, jetzt ist hier so ein Chunk-Feder. Ja, der lädt sich. Ich laufe jetzt einfach weg. Bleib einfach in Sicherheit, wir kriegen das schon hin. Okay, jetzt bist du in den Start verkackt. Weil ich dachte, du hattest diesen Wald hier. Egal. Okay, ich renn einfach weg. Kann gut sein, dass keiner da nicht. Ich weiß aber nicht. Ich weiß auch nicht, deswegen. Ich renne einfach. Der Typ hat Zombie hier, ne? Der kleine Cheater. Okay, ich bin jetzt in in der Wüste. Ich renne trotzdem weg, Alter. Boah. Wann ist gerade ein Zombie? Ich laufe mal in dem Wald da hinten, damit ich nicht immer diagonal laufe. So gleich mal nach hinten gucken, wenn ich hingebauen sehe. Oh Mann, das wird scheiße. Ja, ich hab gerade mal versucht, ein bisschen Holz auszubauen hier. Okay, bis jetzt habe ich noch keinen gesehen. Ich baue mir gleich auch was ab. Ich sehe auch noch keinen. Wollt edit es aus, was bedeutet das? Keine Ahnung. Mein Gott, ich höre was. Ich höre was hinter mir. Nein. Sind welche hinter dir oder was? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es eine Kuh war. Ich werde ab jetzt sofort sneaken und was abbauen, so ein Schwert. Ich habe mir auch ein Schwert gemacht, ne? Ich töte mal ein paar Tieren, sonst habe ich durch kein Essen mehr. Das zweite Problem habe ich auch. Reichen zwei Balken für ein Schwert? Ja, ne? Nein, reicht nicht. Ich muss noch. Ne, das reicht ganz genau für ein Schwert. Ja, aber du kannst ja dann keine Dings machen. Kein, äh, keine Werkbank. Nur nur zwei Holz. Ah, ich meine jetzt. Achja, stimmt. Das sind auch. Ich habe jetzt ein Holzschwert, aber ja, dann leckt es auch ein bisschen. Ich habe nur 30 FPS. Okay, ich habe 60, dann leckt, ne? Okay, ich habe jetzt schon mal eine Kuh umgebracht, jetzt hier die nächste Kuh, dann geht es weiter. Wenn du stirbst, sagst du einfach, ob ich jetzt geleckt bin. Ja, genau, das sage ich. Ja, boah, ich muss ich, wir können auf jeden Fall jetzt schon mal anreden, weil es ist, ich finde, ich glaube, ein bisschen die Luft raus, also bisschen die Anfangsspannung ist raus und zwar, ähm, das ist die zweite Aufnahme dieses Projekt. Wir haben das schon alles einmal durchgespielt. Exakt. Wir haben ziemlich gut, wir haben zwei Leute umgebracht, aber anscheinend gab es Lecks, also bei uns. Oh, ich wurde angeworfen, ey, ich wollte das würde vergiftet. Nein, von was, von der Witch? Ja. Aber nicht von einem Spielern, ne? Nein. Okay, wir auch eine Welt. Die ist ein Kuiper bei mir. Okay. Aber ich haue jetzt ab, ich versuche es nicht abzuhauen. Ja, hau ab, Alter, wenn ich so eine Hexe stirbt, wie mies wäre das denn? Die wird scheiße. Aber ich habe noch ein halbes Herz. Alter, scheiße, pass auf, dass du nicht hier runterfliehst, ne? Ja. Hast du Essen genug, dann bau dich irgendwo ein. Gibt es jetzt eine Border? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe mich eingebaut. Ich fühle mich die ganze Zeit richtig unsicher war. Mich auch. Ich habe mich jetzt eingesucht. Ja. Ich stehe jetzt irgendwo eine Ecke. Einfach nur rum. Vielleicht ist ganz viele Kühe umbringen, damit ich Leder habe. Ja, die in der Mitte haben auch Lederrüstung, ne? Ja. Und die sind wahrscheinlich auch zusammen. Boah, zum Glück haben wir uns da nicht hingetraut. Ich muss sagen, ich habe zumindest schon mal einen Stein spät. Okay, das habe ich noch nicht, aber ich laufe noch. Okay. Aber ich habe wahrscheinlich dann halt Distanz zu den anderen. Mhm. Was genauso viel wert ist. Ich habe es jetzt. Ich habe auch drei Zucker vor. Boah, ich muss mich noch mit durch die ganzen Tränke durchlesen, die wir machen können. Sie können ja im Projekt Heiltränke der Schufe 2 machen. Ja. Und ja, das werde ich auch machen, ne? Ja. Würde ich auch machen. Ich habe einfach straight durch einen. Ich mache mal ein bisschen Rolle mit. Ich versuche mich jetzt hier rauszubauen, ne? Ja, okay. Boah, bitte stirbt nicht Dominik, Alter. Tobi. Ja, Dominik, aber ich bin gerade so. Ja. Ihr wisst euch mal. Okay. Gut, dass die einen schon mit noch mit dem Schwein beschäftigt sind. Das war glaube ich auch der, der alleine gespielt hat. Ich sammle noch ein bisschen Tiere ein. Also falls wir uns sehen, damit wir halt auch nur Sachen haben. Ja. Okay, jetzt habe ich kein... Ja, jetzt erst mal das Schweinefleisch. Boah, ich habe gerade so Angst, ne? Weil wir alleine sind und die gegner uns einfach in dem Sinne schon allein deswegen schon überlegen sind. Abgesehen von den Rüstungen, also der Lederrüstung und den Goldschwerten in der Mitte. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder fast voll. Alter, oh mein Gott. Fuck. Was ist das? Alter, da kam einfach so ein Schaf, ne? Und die haben mich so erschreckt. Oh mein Gott. Sorry. Wollen wir mal unsere Koordinaten vergleichen, was wir uns finden? Boah, ich fühle mich hier richtig paranoid. Warte, ich mache das gleich. Ich möchte nicht irgendwo reinbauen, wovon ich das mache. Warte, ich gucke mir jetzt mal F3. Ich werde das noch ausblenden für die Zuschauer. Ich bin bei den Koordinaten... Okay, das wäre jetzt dumm, wenn ich das laut sage eigentlich. Das stimmt. Obwohl, naja. Wir laufen ja noch. Also, ich bin bei X940. Bei X990? Ich bin bei X990. Okay, und Z ist das andere, ne? Ja, Z bin ich bei 740. Ich bin bei 770. So, ich bin bei 880 Blöcken aneinander. Ich muss, hä? Wenn ich mich schon nicht laufen. Die. Ja, genau. Ich muss in die Richtung laufen, okay? Ich mache mir noch mal ein bisschen Steinausrüstung. Ich habe auch Steinspitze. Okay. Also, ich brauche mich kurz irgendwo rein. Und dann komme ich zu dir. Ja. Ich fühle mich jetzt gerade sicher. Boah, ich kacke hier nicht abgebaut, weil ich immer... Was ist denn auf die 2 gekommen, ey? Ja, ich fühle mich sicher. Ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Ich fühle mich ein bisschen sicher. Ich bin aber... Ich fühle mich aber nicht sicher von dem Stuff, was ich habe. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ich möchte auf jeden Fall irgendwann aufnehmen, wenn nicht so viele Leute aneinander sind. Ich eigentlich auch. Ich möchte aufnehmen, wenn ich so, wo ich es echt denken kann. So, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit nach hinten gucken, wenn ich irgendwas mache. Ja. So, Kohle schon mal. Dann kann ich mir auch schnell das Essen braten, bevor ich zu dir komme. Ich habe mir auch schon... Ich versuche immer noch ein paar Kühl zu töten hier. Ja, für Leder, ne? Ja. Und vor allen Dingen... Ja, ich weiß nicht, wie ich es nehmen würde. Wäre das so geil. Vor allen Dingen auch für Essen halten. Ja, das stimmt. Soll ich das Leder verbrauchen für eine Rüstung, oder? Ja. Ja, Bücher könnten wir uns daraus machen, ne? Ja, aber schon fast... Aber ich glaube, dann gehen wir einfach nur mal neue Krühe. Ja. Weißt du, was mir auch gefallen ist? Wenn man in der ersten Folge jemanden umbringt, dann hat man sogar eine ganze Folge mehr, wo man nicht kämpfen muss. Ja. Das heißt, wir hätten so guten Start, ey. Leute, ich weiß gar nicht, ob Tobi das hochladen will. Mal gucken. Ja, muss ich auch mal gucken. Vielleicht so gegen Ende so. So jetzt auch, wenn wir früh sterben, so jetzt auch ausgehen können oder so. Ja. Ja. Okay, ich habe hier gerade die richtig scheiß Gamma, weil es kaum war. Vielleicht habe ich jetzt genug Stuff. Vielleicht finde ich ja noch ein bisschen Eisen. Ich überlege, ich mache mir eine Steinspezacke, glaube ich. Ich überlege, ich mache mir eine Steinspezacke, glaube ich. Lass mal, ich brauche ja nochmal... Ich sneeke nicht, ey. Ich hasse das, wenn ich nicht sneeke. Ich brauche die ganze Zeit nicht gesneept. So, ich habe jetzt einen Ofen. Ich habe immer noch die ganze Zeit das Gift, dass hier im Moment jemand da drin steht, ey. Ja, bei mir auch. Ich habe Angst, ey. Ich habe immer Angst, wenn ich gerade im Crafting-Menü bin. Ja, das heißt, ich... Oh. Okay. Ich sehe keinen bis jetzt. Okay, ich hoffe, also anscheinend sind die nicht immer auf der Suche einer Spieler. Ich hoffe, die sind gerade auch dabei, sich auszurüsten. Ja, ich habe jetzt, ähm, links fast eine komplette Wegerrüstung. Echt? Na gut. Machen wir mal eine Fackel. Ein bisschen coole Verschwenden, dafür sehe ich dann aber was. Ey, ich würde sagen, wir müssen uns auf jeden Fall wiederfinden. Ey, das ist das Wichtigste. Bevor die die zweite Folge aufnehmen. Ja, das stimmt. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Lass es auch runtergehen, Renn. Was denn? Mir kam ein Schaf gerade lang. Ich nehme mal diese Schafe, ey. Bei mir auch schon. Man hat es richtig ausgerasselt. Also, von mir aus kann jetzt bisschen Eisen kommen, damit ich wenig... Ach, kann ich noch mal ein bisschen Essen brauchen in der Zeit. Ich würde auch gerne noch ein bisschen Eisen haben. Oh, jetzt ist doch eine riesige Schlucht, aber da möchte ich jetzt nicht reingehen. So, ich habe jetzt 17 Fleisch. Das kann man durchbraten. Gut, ich baue mich mal ein bisschen durch die Höhle. Es dauert ja noch ein bisschen, bis wir noch gekickt werden und so. Deswegen denke ich mal, dass wir es schaffen, wieder aufeinander zu finden. Ja. Ja. Immerhin leben wir beide noch. Nein, nein. Dann schwimmen wir jetzt fast nur dafür, dass wir beide abgehoben werden können. Ja, ich schaffe sie, du meinst den, weil der war hinter mir oder so. Du bist, ja, wo soll. Warum finde ich da kein Eisen? Ich finde ich auch kein Eisen. Aber ich bin noch die ganze Zeit an der Oberfläche. Ja, ich bin unten. Das sind ja keine Höhe für Eisen. Die kommen ja überall vor, ne? Mhm. Ja, du. Oh, Mann. Ein bisschen Eisen also geil. Das stimmt, ja. Wahrscheinlich komme ich gleich zu dir an, dass wir Eisen müssen. Ja, du lügst mich grad an, ey. Alter. Eine Höhle wäre geil jetzt. Ja, du musst dann halt aufpassen. Ja, das war nicht so wie, ähm. Warte mal. Wer hat noch mal mit Kader aufgenommen bei Varro 2? War das Petrit? Weiß ich nicht. Ach so, das war Petrit, der ja dann durch den Pieper gestorben ist. Ja, Petrit oder Rupitz? Rupitz? Ja, auf jeden Fall halt einer, der dieser Brudis von dem. Die Mannschaft schon gesucht, wie Stein macht kein Schwert. Ja. Ich hab jetzt auch noch kein bisschen Stein abgehauen. Oder halt nur ein Stein später. Und ein Stein später. So, du suchst an der Oberfläche nach Eisen. Ich suche hier eine Höhle, aber ich finde... Ich hab Eisen gefunden. Wie viel? Kann ich noch nicht gucken, weil meine Spitzakademie nur mit Koppel zusammen ist. Okay. Das heißt, ich muss jetzt ganz zu weit zurücklaufen. Ich hab immer drauf acht, dass ich keinen Namen sehe. Ähm. Ich bin jetzt bei minus 43 und Z 642. Ja, das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Also wenn wir wirklich auf die Nummer zu gehen. Ich muss uns einfach immer noch weiter in die Höhle hinzufügen. Ja. Mach das. Ich bin noch ein bisschen ziemlich weit weg gerannt. Das heißt, ähm, also... Ich hoffe, dass mich keiner in dieser Situation hier findet. Das wäre fatal. Scheiße. Spitzhatte... Oh Mann. Ich hab so eine riesen Schluck, Alter. Das ist alles voll mit Eisen. Echt? Geil. Aber, aber... Das ist halt schon riskanter Reiß. Was? Ja, weil wir auch noch... Ja, okay. Das heißt, wir sind nicht besser als die anderen. Oh, guck mal. Ich hab einfach Eisen übersehen. Okay. Eins. Zwei. 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 Ah, acht Stück, glaube ich. Das machen wir auch sofort eine Brustparte. Ja, aber... Ich weiß ja noch, dass ich noch eine andere Kelle habe. Dann kann ich den auf den Städten klotten. Ja. Ich hab auch gerade eine Eisenquelle gefunden. Okay, dann... Hier sind vier Stück drin. Aber ich hab hier noch mehr. Ich hab vier. Ich hab mal einen. Zwei. Drei. Das sieht auch nochmal gut aus. Dann noch fünf, sechs Stück aus. Okay. Okay. Geh ich mal schnell mal. Nicht die Pfann, äh... durch den Ofen. Ist einfach mal irgendwie viel Lava, wo ich kann. Boah, jetzt wird mir gerade gefallen. Ich hab wieder gerade mit dem... Ich brauch ein Texture Pack, wo das Stein ähm... ...gerader ist. Gibt es? Du weißt, was ich meine. Das ist das, das Clean Stone. Also wie im normalen aussieht. Damit ich die Namen dadurch sehe. Steße. Bei Zwecks ist das ja ziemlich, ähm... Da sind ja die ganzen Texturen noch drauf. Ja. Und das ist schwerer, das durchzuerkennen, finde ich. Hm. Okay, dann grabe ich mal hier weiter. Wieder sneaken. Ich brauch noch sieben Eisen, dann hab ich eine komplette Rüstung. Echt? Dann hast du ja auch gut gefunden. Ich hab nicht so viel. Ich hab 13. Ich hab jetzt 19. Du bist ja in allen Sachen ein bisschen vor mir. Aber die Schlucht ist auf jeden Fall gut, dass du die gefunden hast. Immer Gold mitnehmen, ne? Gold ist auch richtig. Gold Äpfel. Ja, Gold ist ja auch nicht. Ich muss mich ja erstmal wieder hochbauen, weil ich gar keinen... ...der Dings hab, gar keinen Crawling-Table. Okay, ich hab jetzt 25. Das heißt, ich brauch noch einen. Da muss man sich in die Lava verlieren. Das wär jetzt nicht der Siegberg auch. Ja, das ist ja echt... Boah, wenn du jetzt da durchstirben, sterben würdest, ne? Sagst du, du hast Lecks gehabt. Ja. Ja, da hat sich was bewegt. Okay, vielleicht war das auch nur ein Schaf. Vielleicht war das nur ein Partikel vom Stein. Ich guck mich mal kurz um, ob ich irgendwo mal jemanden gesehen gegner. Ja. Okay, ich seh nichts. Ich find einfach nichts. Ja. Ich glaub, ich mach mir einfach direkt 5 Öfen oder so ne Scheiße. Ob ich das schnell durchbrät. Ja. Ach, ich möchte ein bisschen Eisen finden jetzt. Boah, wenn jetzt hinter mir einer kommen wird, hab ich mir einen Steinsteig gemacht? Ja, witz. Boah, ich würd mich so feiern, wenn die zu zweitens kommen, ich würd sie dann umbringen. Boah, aber die sollen lieber nicht kommen, wa? Nee, lieber nicht. Boah, ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass ich in der ersten Folge schon fast Dings hab. Boah. Ja. Lol. Ne, oh, oh. Oh, lustig. Okay, ich hab das erstmal... Was? Was? Hä? Ja. Ja, okay. Nächste Folge treffen wir uns. Ja. Das war noch nie mehr in 15 Minuten, oder? Ah, doch. Keine, komm. Ne, das ist jetzt eine Scheiße. Aber ich brauche mich, glaub ich, noch ein. Ah, warte mal. Oh, gleich mal geschafft. So viel haben wir nicht geschafft, okay, dann... Gut, das würd ich sagen, das war's jetzt mal von der ersten Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Die kommt am Freitag. Ja, am Freitag. Und... Ciao. V3, Leute.